Skitl-Rai oder wie der heißt das drinnen? Wieso kommt der eigentlich immer rein? Nein Der Kitsding-Typen Echt? Ja tatsächlich, die ist echt drin Die ist drin Ja Warum sind die, äh, Willow eigentlich so aus, als wäre das eine Ramirez Wird es? Ja, nein Was ist los? Ach ja, wenn ihr mir jetzt kommt mit, äh, ich schenke mir das oder so, könnt ihr direkt vergessen Ja, das war's Ja... 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 Ja, dachte schon. Ja. Ja, das macht die Black Widow jetzt aber auch nicht mehr selten. Das war's mit dir. Hm. Naja, jetzt kann man eigentlich Hoffnung haben, dass Travis Scott auch... Naja, den hab ich doch nicht. Den hatte ich mir doch nicht geholt, weil ich wusste ja gar nicht wer das ist. Ja. 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 schüttchen